Musik Aktive Mobilität, aber eben nicht nur rein aus der Brille der Radfahrer, sondern auch immer unter Berücksichtigung der Fußgänger und des Autoverkehrs und überhaupt der Situation. So, wir haben Kaffee, frisch gestellt. Wie ich mit einer Gemeindeverwaltung kommunizieren kann, die praktisch für den Radverkehr im Prinzip ganz schnell bei einem Radrundweg endet. Ich habe hier so relativ leichte, aber winddichte Handschuhe. Ich habe hier so einen Puff. Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt, aber ich war gut froh, als ich es entdeckt hatte, was ich als Halsschutz, Mundschutz und Mütze verwenden kann. Und das habe ich im Winter immer in der Umhändetasche. Mit so Spezialmuttern gesichert, die man mit dem normalen Schlüssel nicht öffnen kann. Man soll das Fahrrad und das Schloss nicht zu tief anbringen, sondern eher höher, also natürlich mit Rahmen, weil die Diebe dann den Knackmechanismus nicht auf den Boden stellen kann. Nur wenn ich es gewohnt bin, aufs Fahrrad zu steigen, dann steht das Fahrrad auch aufbekommt da. Oder wenn ich gewohnt bin, zu Fuß wohin zu gehen, wenn ich gewohnt bin, rauszugehen, Fahrer an, dann mache ich das immer ohne Nachdenken. Und wenn ich es mal anders mache, dann ist irgendwas, was nicht passt. Also wir müssen die Gewohnheiten ändern. Die Hatsache ist, dass wir inzwischen in Deutschland weit über eine Million Pedelecs im täglichen Krieg haben. Und die Politik redet von Elektroautos. Von Elektroautos. Aber warum gibt es das Elektroautos nicht und das Pedelec schon? Weil das Pedelec im Vergleich zum Normalfahrrad für den Nutzer ein entscheidender, fühlbarer Vorteil ist. Und das Elektroautos ein Nachteil, finanziell und im Handling. Ja, dass es gut ist, sich zu bewegen für die Gesundheit, das verstehen, glaube ich, sehr viele. Warum machen sie es trotzdem nicht? Also warum fahren sie zum Bäcker mit dem Autor? Wie soll der Radverkehr auf der Straße im Straßenraum geführt werden? Soll er auf Fußwegen gemeinsam geführt werden? Soll er auf Radwegen geführt werden? Wann muss er es benutzen? Wann darf er es benutzen? Soll er auf der Fahrbahn und so fort? Als Radfahrer natürlich immer auf Fußgänger achten muss. Also hier ist der Fußgänger vorrangig noch stärker als hier. Es ist nicht nur Rücksichtnahme, die natürlich in München sehr hart hat und ein Miteinander. Aber ich finde, es fehlt auch irgendwie die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen. Wir wissen in dem Moment, wo der Landtag das beschlossen hat, ist es zwar richtig, aber man muss nicht glauben, dass es dann auch wirklich geschieht. Geht auf eure Landtagsabgeordneten zu, löst Betroffenheit aus bei diesen Landtagsabgeordneten, dass auch in ihrem Wahlkreis fehlende Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen oder veraltete Abstellanlagen an Bahnhöfen ein Thema ist. Sie wohnen in der und der Straße, jetzt gehen wir mal raus auf der Karte. Das sind nicht einmal 400 Meter bis zum Rathafen, das sind Sie mit dem Auto gefahren. Sie fahren doch auch mit dem Auto, Sie haben braun, Mats, Dienstwagen und so weiter. Jetzt gehen wir mal runter vor das Rathafen, dann zeige ich Ihnen mein Dienstfahrzeug. Und das benutze ich auch jeden Tag. Das hat sich dann anscheinend so rumgesprochen, dass nach zwei Monaten sich niemand mehr mit dem Verkehr unterhalten wird. Mir ist sehr deutlich geworden, wie wichtig das Zusammenspiel vieler Faktoren bei der aktiven Mobilität ist. Und ich hatte schon viele Ideen im Kopf und da sind noch viele dazugekommen und die sehe ich jetzt alle in ganz anderen Blickwinkeln. Konferenz war mir ein fremdes Thema, aber muss sagen, völlig begeistert und jederzeit wieder und hoffe, es geht weiter. Das Interessanteste für mich war eigentlich zu erleben, wie Kommunikation funktioniert und wie es ein Miteinander, vielleicht auch manchmal Miteinander Ringen funktioniert, wenn Leute nicht kommen, um passiv sich was anzuhören, sondern um aktiv an einer Gemeinschaft teilzunehmen und sich einzubringen. Mich würde es gefallen, wenn wir mit dem Happen Mob Camp nach Augsburg gehen, um die Szene aufzuwerten und auch umzuteilen, was in Augsburg schon erarbeitet wurde.